Herzlich willkommen beim Drehbuchpreis Schleswig-Holstein. Den gibt es nämlich ab jetzt und wenn du ein Drehbuch hast, das als Film so zwischen 0 und 15 Minuten lang werden soll, dann kannst du das jetzt einreichen bei uns. Denn Schleswig-Holstein braucht coole Geschichten, das wollen wir fördern und alles, was ich jetzt nicht mehr schaffe zu erzählen, findet ihr auf der Website, die jetzt eingeblendet wurde. Tschüss! Untertitelung des ZDF, 2020